Willkommen zu uns! Klick die Sturkels! Hallo! So, ich hatte eigentlich ein anderes Spiel vor, aber... Das ist so ein altes Spiel, aber ich hab das irgendwie voll verkackt und hab gemerkt, da kann man irgendwie gar kein Spiel draus, gar kein Video draus machen. Das ist aber gar nicht so wichtig. Ich spiel jetzt als Ersatz einfach Ozu, weil ich grad Bock drauf hab. Falls ihr das Spiel nicht kennt, das ist ein Rhythm-Game, ein Rhythmus-Game, so wie Guitar Hero, nur mit Maus und Tastatur statt mit... nur Tasten... Ich würd sagen, wir steigen gleich ein. Ihr seht, ich hab das schon ein bisschen länger gespielt. Ich bin hier Level 93 und wie lange ich das spiel, das glaub ich so 2010 oder sowas. So, das ist jetzt gar nicht so einfach, ein Lied zu finden, was gar kein Content hat, aber ich guck einfach mal. Ich hab jetzt einfach mal Bock, das zu spielen, warum nicht gleich aufnehmen? Zum Livestream reicht mein Internet nicht, also mach ich einfach ein Video draus und ich hab schon verkackt. We try! Oder Retrie, wie ich's gern nenne. Ich hoffe! Oder ich glaube, das hat... Ach, scheiß drauf. We try! Ich spiel das Spiel auch mit Maus und Tastatur. Man kann's auch mit Tablet spielen. Ich hab's probiert mit dem Tablet, ich hab wirklich zwei Monate drangesetzt irgendwie, um das zu üben, aber ich hab jedes Mal ist meine Hand verkrampft und ich komm damit einfach nicht klar und deswegen spiel ich das einfach mit Maus und Tastatur. Das ist jetzt einfach nur ein bisschen Aufwärmung. Ich bin eigentlich Härteres gewohnt. Gewöhnt. Gewurmt. Aber vielleicht wollen wir ja die Musik etwas genießen, aber ich hab Angst, dass wenn ich aufhört zu reden, dass das Video dann Strike bekommt. Ich mach mal ein bisschen lauter hier, oder? Ich mach mal ein bisschen. Okay, das war aber schon so schlechte Performance. Ich hab ne relativ neue Maus im Band, der komm ich überhaupt nicht los. Oh! Halt mal, die Klappe hat so ne Mikro. Ich hab hier extra ne OZU-Maus. Äh! Die Tasten sind kaputt. Aber von der Reaktion... Bisschen Musik kann doch schon ein bisschen... Bisschen Maus. Achso, die ist ganz gleich geschlossen. Moment. Ja, wie gesagt, ich hab ne OZU-Maus, die ist extra für OZU. Und die schließe ich nur an. Jetzt geh ich gerade hier hinters Bik raus. Hört ihr vielleicht. Die schließe ich nur an, wenn ich OZU-Spiel. Weil die wirklich nur vorher so gut ist, weil die Tasten, wie gesagt, kaputt sind. Einen Moment. Das ist auch ne deutlich bessere Performance mit dieser Maus. Ist er drin? Maus, Maus? Da ist er ja. So, die Doppelklick nur manchmal. Einer sagt Stopp! Stopp! Ne, das hat Content. Ich hab ein Lied gefunden. Äh... Kommt jetzt komisch, dass ich hier nur Hatsunomiko Lieder spiele. Aber die sind für OZU nun mal sehr gut gemappt. Weil es viele Fans von Hatsunomiko gibt, die auch OZU spielen. Habe ich das gesehen? Die Slider haben eine Form von Pilzen. Oh Gott. Das... Das... Das hat keiner gesehen. Muss mit der Maus hier erstmal wieder klarkommen. Wie hab ich jetzt gerade erst wieder angeschlossen? Ich hab grad zwei Mäuse am PC angeschlossen. Oh, ich kann hier abbrechen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe, aber das hier ist eben meine Maus. Die steuer ich. Und mit X und Y kann ich dann drücken, wie ich es hier grad seht. Und dann muss ich eben mit der Maus da am besten den Kreis treffen und dabei noch drücken. Ich kann das echt nur empfehlen, dass... Okay, die Maus hängt. Wow. Ich mach ne andere Map. Das Spiel an sich kann ich eigentlich nur empfehlen. OZU ist jetzt kein Content. Drück ich es mal so aus an sich. Das ist mehr so eine Zusammenstellung von Rhythm Games. Aber es ist doch ziemlich groß geworden. Und mir gefällt's. Ahhhh... Das hier ist doch ganz in Ordnung. Das hat glaube ich kein Content. Zumindest weiß ich nicht. Ich weiß zumindest nicht, wo das herkommt. Oh, ich hab verkackt. Und dieser... Hä? Ne, Hintergrund dabei ist komplett deaktiviert. Es sollte eigentlich komplett schwarz sein, wenn es anfängt. Warte, ich muss das lauter machen. Na, jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr das auch merkt, aber ich hab hier FPS-Einbrüche. Und die Sonne blendet. Ich muss mein Abi nachholen. Das sind Ausreden und dabei bleib ich. Ich bin unglaublich scheiße. Das ist halt jetzt auch kein Kompliment-Fishing oder sowas, dass ihr dann irgendwie sagt, Oh, du bist doch voll gut ey. Du bist gar nicht so scheiße. In meinen Augen bin ich wirklich scheiße. Das geht echt besser. Also eigentlich kann ich das besser... Oh, das Lied solltet ihr kennen. Das solltet ihr sehr gut kennen. Die Map mache ich noch und dann war's das schon mit dem Video. Ich will das jetzt gar nicht so gut zeigen. Das ist jetzt einfach nur ein Ersatz, weil ich das Video, was ich eigentlich geplant habe, gar nicht umsetzen kann. Es kommt noch ein anderes Video raus auf diesem Wochenende. Habt keine Angst. Spiel jetzt diese Map noch und dann ist es fertig hier. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, das war's mit der Map. Wenn ihr das Spiel auch spielt, ihr könnt mich gerne adden oder eine Anfrage schicken oder wie auch immer das hier nochmal funktioniert in Osu. Ich heiße einfach Adiator, wie ihr oben links seht. Vielleicht spielt ihr mich mal online, dann könnt ihr mich mal anschreiben, dann können wir was spielen. Was ist das für ein Lied? Was ist das für ein Lied? Ja, okay. Ciao, Drein.